Ich werde euch heute ein Tutorial machen und zwar, wie man Projekte von Source, also von ihrem Quellcode baut. Und zwar will ich das anhand des Projekts Genie zeigen. Genie ist ein Texteditor. Und dazu müssen wir uns erstmal den Sourcecode besorgen. Und zwar finden wir den meistens auf der Webseite des jeweiligen Projektes. Und hier haben wir auf der Seite von Genie, haben wir bei Download zum Beispiel JIT das Repository. Und hier haben wir die Clone-Zeile. Die kopieren wir uns einfach. Und wir wechseln in das Verzeichnis, wo wir es hineinklonen wollen. In dem Fall klone ich es in den Zielordner Sources Genie. Und die Dateien werden jetzt runtergeladen. Also im Repository, um das zu erklären, ist eine Art Ordner, dessen Geschichte, also dessen Historie mitverwaltet wird. Und jetzt gehe ich in den Ordner Genie hinein und zeige mir den Inhalt an. Wir haben hier eine Datei autogen.sh. Das ist das Script, welches mir die Makefiles generiert. Und das werde ich jetzt einfach mal aufrufen. Mit .slash autogen.sh. Und damit wird jetzt mein System überprüft, ob ich inzwischen die Developer-Tools habe, um das Projekt ordentlich kompilieren zu können. Also jetzt sausen hier die verschiedenen Tools vorbei, die ich brauche. Und bekomme auch eine schöne Rückmeldung, wenn ich etwas nicht habe. Und hier scheine ich aber alle Libraries zu haben. Deshalb kann ich jetzt Make tippen, um es zu bauen. Ich tippe aber Make mit Job-Parameter. Dieser sagt aus, dass ich mit 8 Kernen gleichzeitig bauen kann. Auf dem Performance-Monitor sieht man auch, dass das System damit besser ausgelastet wird. Und ich auch mit einem Mehrkerner das Programm schneller gebaut bekomme. Im Hintergrund sieht man die ganzen C++-Dateien, die jetzt kompiliert werden. Ja, und jetzt dürfte es auch bald fertig werden. Ansonsten erzähle ich einfach noch, JIT ist ein Versionskontrollsystem. Das heißt, es können mehrere Entwickler daran arbeiten, an dem Quellcode. Und, ja, jetzt habe ich das Programm fertig gebaut. Und, ja, dann installieren wir es doch mal. Das machen wir mit sudo make install. Und jetzt wird Genie sozusagen installiert. Und wenn ich jetzt which Genie frage, dann ist Genie in userlocal bin Genie. Das heißt, das ist jetzt wirklich meine selbst kompilierte Version. Und da starten wir es mal. Und siehe da, es funktioniert. Und jetzt werde ich euch noch einige Kniffe zeigen, wie man mit JIT-Repositories umgeht. Zum Beispiel können wir mit dem JIT-Log-Befehl, den ich auf Les pipe, uns die Versionshistorie, die jüngste, anzeigen lassen. Zum Beispiel am Montag, dem 7. November, um, ja, ziemlich früh, hat jemand ein gewisser Matthew Brush folgende Änderung vorgenommen an Genie. Und, ja, im Prinzip erklären die Entwickler hier, was sie gemacht haben. Und, wenn ich jetzt wissen will, was das bedeutet, make use of GTK Widget, get window, edit in GTK plus 2.14. Ich weiß nicht, was es bedeutet, aber ich kann mir jetzt diese Commit-Nummer markieren. Und mit dem Kommando JIT show, mit dieser Commit-Nummer, mir anzeigen lassen. Hier habe ich wieder den Text, was dieser Commit macht. Und jetzt haben wir hier den sogenannten div, also die Differenz. Und zwar in der Datei source.editor.c hat sich diese Zeile geändert in diese Zeile. Und in der Datei source.keybindings.c wurde diese Änderung vorgenommen. Und so kann man eben sich auf dem Laufenden halten, die aktuellste Software von source kompilieren. Und, ja, einfach auch mit dabei sein. Ich kann jetzt auch mal zeigen, wie man eine Änderung ausführt. Und zwar haben wir JIT div, diesen Befehl. Der zeigt zurzeit nichts an, weil ich, div bedeutet Änderung, also ich habe nichts geändert. Aber ich werde jetzt mal, zum Beispiel in den Übersetzungen, ähm, in den Übersetzungen die Sprache de.po abändern. Das sind die Übersetzungsdateien drin. Und ich sage einfach hier, ich trage mich ins Impressum mit ein. Ist zwar keine nennenswerte Änderung und wird wahrscheinlich auch nicht so akzeptiert werden. Aber ich mache es ja, um euch zu zeigen, wie das geht. Ja, das speichern wir schön ab. Und jetzt mit JIT div haben wir selbst einen Änderungssatz erzeugt. Nicht erzeugt, aber wir können uns diesen div anzeigen lassen. Okay, so sieht der also aus. Und diesen kann ich zum Beispiel in eine Datei umleiten. Mein div. Und diese Datei, mein.div, kann ich jetzt den Entwicklern anbieten. Und die können sich das anschauen und sagen, okay, diese Änderung nehmen wir oder diese Änderung wollen wir nicht nehmen. Ja, das war es dann auch schon. Und vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und ich mache jetzt auch nur noch änderung. Schönheit.